Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, jetzt müssen die Verteidiger aufpassen Mein lieber Schwan, das hätte auch ins Auge gehen können Riskant, riskant Giovanni Und den Zweikampf musste er gewinnen Und so sieht ein Pass aus Schein Ja, klasse Kontermöglichkeit jetzt Ja, und er hofft, dass er mit der Flanke einen Mitspieler findet Schein Ja, das war erstens eine schlechte Grätsche Und zweitens verletzte sich selber so schwer Das, ich glaube, ist er nicht weiter Giovanni Mikkel Die Situation ist richtig eingeschätzt, den Ball zurück zu holen. Und jetzt spielt sie mit viel Druck nach vorne. Super ein Gemach vom Torhüter. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. So, wir haben noch kein einziges Tor gesehen. Und da wird man langsam Zeit, denn die erste Halbzeit eigentlich ist schon hier am Ende zu. Giovanni, das sieht sehr souverän aus. Und jetzt bringt er die Flanke in den Feldklasse. Ja, genau so haben sich das natürlich jetzt auch vorgestellt, noch vor der Halbzeit die Führung zu erzielen. Ja, und der gute Einwurf wird belohnt. Er wird belohnt mit einem Tor. Ja, ein bisschen übertrieben für mich der Einsatz, aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. So, das ist jetzt für den Angriff eine gute Ausgangsposition. Ja, Zuschauer haben wir schon erst einen Treffer gesehen. Spielstand also logischerweise 1 zu 0 und damit geht es jetzt in die Halbzeitpause. Wollen Sie mit uns auf die zweite Halbzeit? Es geht wieder los. Wunderbarer Pass. Ja, gut gemacht vom Gegner. Ja, das sieht schon klasse aus, wie der Ball mit dem Kopf weiterleitet. Und sie stürmen nach vorne. Sieht gut aus. Ah, für die Flanke bedankt er sich. Hat den Ball ganz soweit. Und da sieht man in der Mannschaft schnell es. Solche Pässe. Das schauen wir uns gerne an. So, jetzt eine gute Flanke. Und dann wird es ganz eng für die hinten drin. Toller Kopfball. Schei. Achtung, Vorsicht. Aufschreie. Die. 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 Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor.